Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg hier in unsere Hallen gefunden haben. Ich begrüße auch alle draußen vor den Bildschirmen. Es gibt nämlich auch einen Livestream, Sie können das auch draußen mitverfolgen. Es ist ja, wenn die Sonne in Berlin mal rauskommt, nicht selbstverständlich, dass man dann trotzdem zu so einer Veranstaltung kommt. Wir wissen das sehr zu schätzen und werden Sie nicht enttäuschen, denn wir haben ein ganz tolles und interessantes Programm für Sie vorbereitet, heute und morgen. Die liberale Demokratie steht ja bekanntlich unter Druck und zwar nicht nur hier, sondern in Europa und darüber hinaus an vielen Orten. Und wir als Böll-Stiftung begreifen diese Situation als Aufruf zur Reflexion und auch zur Auseinandersetzung. Was ist eigentlich los? Was passiert eigentlich in der Gesellschaft, in diesen Gesellschaften? Und ich denke, wir sind uns einig, dass wir Antworten nur finden, wenn wir genau hinschauen und spezifische Fragen stellen und nicht uns in Allgemeinplätzen ergehen. Wir haben uns für den Kongress heute und morgen so eine spezifische Frage vorgenommen, nämlich, wie steht es eigentlich um die Sicherheit und die Unsicherheiten, wie um die Verunsicherung und die Vergewisserung in der offenen Gesellschaft. Und dabei gehen wir nicht davon aus, dass die Frage der Sicherheit und der Verunsicherung jetzt eine allumfassende Antwort auf diese Fragen geben kann. Natürlich wissen wir, dass es auch Gruppen und Personen gibt, die alles andere als verunsichert sind und die überhaupt nicht in sozialer Unsicherheit leben und trotzdem aggressiv und identitär und sehr selbstbewusst gegen die offene Gesellschaft agieren. Aber ich denke, wir sind uns auch einig, dass die Frage der Verunsicherung und die Frage nach den Sicherheiten in der offenen Gesellschaft eine heiße Spur ist, nicht die einzige, aber eine, um vielleicht besser zu verstehen, wie wir die offene Gesellschaft verteidigen können und natürlich auch verändern können, entsprechend der Herausforderungen, vor der sie steht. Ich will vielleicht ganz kurz erläutern, an was wir jetzt bei diesem Kongress unter dem Rubrum Sicherheit und Unsicherheit denken und das ist jetzt auch ein kleiner Gang durch unsere Konferenz. Wir beginnen nach dem Vortrag von Ralf Fuchs und dem Gespräch mit Maria Mlau mit der Frage des Gelingens der ökonomischen, vielleicht etwas präziser, der industriellen Transformation. Natürlich ist die Frage, wie etwa die Ökologisierung der Industriegesellschaft gelingt, aber genauso der Digitalisierung eine exorbitante Frage von Verunsicherung und gleichzeitig hat sie das Potenzial von Zuversicht und einer positiven Erzählung, nämlich wie wir in die Zukunft schreiten. Wir gehen dann auf eine Frage von gesellschaftlicher Verunsicherung, die auf den Begriff der inneren Sicherheit zielt, nämlich genauer, wie verteidigen wir eigentlich Bürger- und Freiheitsrechte und geben zugleich Antwort auf die Frage der sogenannten inneren Sicherheit, also auf die terroristische Bedrohung etwa für Leib und Leben in dieser Gesellschaft, ohne die Freiheit selbst abzuschaffen. Wir gehen dann weiter auf eine demokratische Verunsicherung, nämlich wie gewinnen wir diejenigen zurück, die der liberalen Demokratie gegenüber skeptisch sind, vielleicht sogar abgewandt. Und das führt natürlich auf eine ganze Reihe von spannenden Fragen, etwa wie gelingt unserer Demokratie Repräsentation, wer ist eigentlich repräsentiert in unserer Demokratie, wer ist wie repräsentiert. Oder auch die Frage, wie kriegen wir eine lebendige Demokratie hin, in der es wirklich Alternativen in der Demokratie gibt und nicht gegen die Demokratie. Wir kommen dann auf eine, könnte man sagen, auch mediale Verunsicherung. Wie ist das eigentlich mit den Emotionen und den Fakten in der Politik? Also wie bringen wir Leidenschaft und Fakten zusammen, ohne einfach im Postfaktischen zu landen? Oder auch die Frage, wie kommen wir zu neuen öffentlichen Räumen, zu einer neuen öffentlichen Zusammenkunft, ganz egal, ob digital oder analog, ohne dass jeder einfach nur in seine Filterblase reinspricht? Und wir sind dann, last but not least, nochmal bei einer sehr grundsätzlichen, interessanten Frage, nämlich, wie ist das eigentlich mit unserem kosmopolitischen, universalistischen Selbstverständnis und der Gemeinschaftsbildung vor Ort beispielsweise? Und die etwas Älteren unter Ihnen und Euch erinnern sich vielleicht noch an die sogenannte Kommunitarismus-Liberalismus-Debatte, wo es ja genau Bigi lacht, weil sie damals das sehr engagiert geführt hat. Also wie kommt es eigentlich zusammen, die liberale Gesellschaft und liberale Formen von Gemeinschaftung und Vergesellschaftung, man könnte auch sagen, von Beheimatung in der offenen Modernen. Was mir noch bleibt, ist Dank zu sagen. Danke nämlich an Michael Stornienko, Benjamin Glück und auch natürlich das Tagungsbüro dafür, dass Sie diese Konferenz auf die Beine gestellt haben. Und das wäre, denke ich, weil es sehr viel Arbeit war, einen kleinen Zwischenapplaus wert. So, dass wir jetzt im ersten Schritt an folgendem Punkt wären. Wir freuen uns sehr, dass Ralf Fuchs, einer der beiden Vorsitzenden der Heinrich-Böll-Stiftung, uns einen Vortrag hält zum Thema Freiheit verteidigen, wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen. Und das trifft sich deshalb sehr gut und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf auf Heinrich-Böll-Stiftung, weil Heinrich Fuchs gerade in diesen Tagen ein Buch mit einem gleichnamigen Titel veröffentlicht hat, das Sie übrigens auch hinten am Büchertisch, wenn Sie da mal genauer nachlesen wollen, erwerben können. In diesem Buch finden Sie eigentlich nochmal eine Vertiefung zu all den Aspekten, die in der Konferenz angesprochen sind. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass Ralf den Eröffnungsvortrag halten wird. Wir haben danach ein kleines Gespräch mit Mariam Lau, von Inlandsredakteurin und sehr profilierte Kommentatorin von der Zeit, sodass Ihnen schon im ersten Block nicht langweilig wird. Und ich bitte Ralf auf die Bühne und wir sind gespannt auf seinen Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter. Nicht nur für die freundliche Begrüßung. Heinrich Fuchs war ja eine nette freudsche Fehlleistung. So weit ist es noch nicht. Und an Heinrich Böll reiche ich natürlich bei Weitem nicht ran. Der hat übrigens dieses Jahr 100. Geburtstag und das werden wir auch noch gebührend im Laufe des Jahres mit vielen Veranstaltungen und Projekten würdigen. Aber vielen Dank auch, Peter, für deine Rolle in der Vorbereitung der Sankt-Konferenz. Du hast die Kolleginnen und das Team gewürdigt, aber sollst selbst dabei nicht vergessen werden. Ich freue mich sehr über das rege Interesse und führe das vor allem auf das Thema zurück, was uns doch vermutlich alle umtreibt. Morgen Abend gibt es in Leipzig im Schauspielhaus eine Diskussion, die von der Taz der Tageszeitung ausgerichtet wird unter dem Titel Wer verteidigt die liberale Demokratie? Und ich finde, das ist doch sehr bemerkenswert, dass aus dem linksalternativen Milieu heraus diese Frage so gestellt wird, die man vermutlich vor zwei Jahren so jedenfalls noch nicht formuliert hätte. Da ist irgendwas passiert in diesen zwei Jahren, was dazu geführt hat, dass man zum einen doch ein Bewusstsein hat, dass die Fundamente der liberalen Demokratie anfangen zu wanken und gleichzeitig man sich hinter diesem Begriff versammelt, was ja auch nicht selbstverständlich ist, jedenfalls für die Linke nicht selbstverständlich ist, sich hinter dem Begriff der liberalen Demokratie zu versammeln. Und ich will ein bisschen der Frage nachgehen zu Beginn, was da eigentlich passiert. Ich formuliere es bewusst in der Gegenwart, weil das noch nicht abgeschlossen ist und wie wir darauf antworten, also wie wir die liberale Demokratie erfolgreich verteidigen können. Die Älteren oder die Belesenen hier im Publikum werden sich noch daran erinnern, dass in der großen Epochenwende von 1989-90 der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama berühmt wurde mit seiner These vom Ende der Geschichte. Was er damit meinte, war die Vorstellung, dass sich die ganze Welt nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers in Richtung eines demokratischen Kapitalismus bewegt, in der Kombination von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft und die liberale Demokratie ein für allemal gesiegt hätte, Ende der Systemkonkurrenz. Das war eigentlich die Idee hinter dieser These vom Ende der Geschichte. Und das hat sich eben doch als ein sehr unhistorischer unhistorischer Irrtum erwiesen. Und heute wird genau dieses Modell, die Kombination von Marktwirtschaften und liberaler Demokratie, sowohl von innen wie von außen fundamental herausgefordert. Von außen und das ist eine Entwicklung, die sich schon über eine längere Zeit angebahnt hat, durch zunehmend selbstbewusst auftretende autoritäre Mächte, die sich ganz bewusst als Gegenentwurf zur liberalen Demokratie verstehen. Also nicht mehr als Transformationsgesellschaften, die aus irgendeiner autoritären, kommunistischen, wie auch immer, Vergangenheit sich hinbewegen zu einer westlichen Demokratie, sondern als Herrschaftsform sowie generis, Kombination von autoritärer Herrschaft und weitgehend unregulierten Kapitalismus. Dazu gehörend China als ökonomisch erfolgreichste und politisch stärkste Kraft, Russland, der Iran und inzwischen auch die Türkei. Und diese Herausforderung von außen durch einen neuen, selbstbewussten Autoritarismus erfährt jetzt ein Echo im Inneren der westlichen Gesellschaften selbst. Durch das Auftreten von nationalistischen und fremdenfeindlichen Bewegungen und Parteien, die als Systemopposition sich verstehen und entsprechend agitieren, also nicht einfach als Opposition unter anderem, sondern auch mit dem Anspruch einer radikalen Veränderung von Politik und Gesellschaft. Die amerikanische-polnische Publizistin Anne Applebaum hat vor gut einem Jahr ein Essay veröffentlicht in der Washington Post, in dem sie schrieb, dass der Westen noch drei Wahlen von seiner Selbstzerstörung entfernt ist. Amerikanische Präsidentschaftswahl, die Entscheidung über den Brexit und die französische Präsidentschaftswahl. Wir wissen, wie die Geschichte in diesem Jahr gelaufen ist. Die Briten haben sich mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der EU entschieden. In den USA wurde Donald Trump von einer antiliberalen Meuterei ins Weiße Haus getragen. Die gute Nachricht ist, in Frankreich sieht es nicht so aus, als ob Marine Le Pen Präsidentin würde, aber das ist noch lange kein Grund zur Entwarnung. Wir haben heute fast überall in Europa, von Kandinavien bis zum Mittelmeer und von Frankreich bis nach Mittelosteuropa nationale, nationalistische und autoritäre Parteien, die zwischen 20 und 30 Prozent der Wählerstimmen auf die Waagschale bringen. Das ist viel in einem zunehmend zersplitterten politischen System. Und in Ungarn und Polen sind Kräfte an der Macht, die in Richtung gelenkte Demokratie marschieren. Ein Begriff, den sie von Putin importiert haben. Und so verschieden diese diversen antiliberalen Parteien und Bewegungen auch sind, haben sie doch einige charakteristische Gemeinsamkeiten. die Globalisierung ist ihnen ein Gräuel. Sie sind fast durch die Bank entschiedene Verfechter einer protektionistischen Wirtschaftspolitik, einer Abschottung der nationalen Märkte, vor allem des nationalen Arbeitsmarktes gegen globale Konkurrenz. Sie sind in unterschiedlichen Ausprägungen fremdenfeindlich, und vertreten eine Vorstellung von Volksgemeinschaft, die doch stark auf ethnische Homogenität zurücksetzt. Also im Grunde eine völkische Demokratie Vorstellung. Sie sind anti-islamisch, der Islam als kultureller Fremdkörper, als Bedrohung der europäischen Identität. sie pflegen das Ressentiment gegen Gender Mainstreaming und Gleichstellungspolitik, was nicht bedeutet, dass Frauen nicht eine führende Rolle in diesen Bewegungen spielen könnten. Marine Le Pen, Frauke Petry, andere, übrigens auch Homosexuelle im Front National, Zum Teil schwingen sie sich sogar als Verteidiger der Errungenschaften sexueller Emanzipation gegen die Frauenfeindlichkeit des Islam auf. Und die Rechtspopulisten in den Niederlanden nennen sich Partei der Freiheit. Ihr Gründer Pim Fortin hat das vor allem gegen islamische Einwanderung genannt, als Bedrohung der liberalen Freiheiten des westlichen Europas. Sie vertreten ein Konzept plebiscitärer Demokratie, also der Volksdemokratie gegen Parlamentarismus und politische Repräsentation. Sie berufen sich auf das Volk oder auf die schweigende Mehrheit gegen die kosmopolitischen und abgehobenen Eliten. Sie verfechten ein Europa der Vaterländer gegen die Europäische Union, also gegen die Idee und Praxis supranationaler Integration und sind Verfechter einer Rückkehr zu einer starken nationalen Souveränität. Sie sind durch die Bank Antinato und pro Putin und sie pilgern alle nach Moskau für finanzielle und politische Unterstützung. Der Kreml ist heute sowas wie das Hauptquartier dieser neuen antiliberalen Internationale. Und wenn man fragt, weshalb die liberale Demokratie seit den glorreichen Wendezeiten von 1989-90 so viel an Anziehungskraft und Autorität verloren hat, kommt man auf einige Schlüsselereignisse, die zu diesem Umschlag der politischen Großwetterlage im Westen beigetragen haben. Das wichtigste Ereignis war aus meiner Sicht die Finanzkrise von 2008 folgende. Sie erschütterte das Vertrauen in die politische Institution, verletzte das Gerechtigkeitsgefühl großer Teile der Bevölkerung und verstärkte den Eindruck, dass die Globalisierung aus den Fugen oder aus der Kontrolle geraten ist. Und in der Konsequenz, in der Art und Weise, wie die Europäische Union auf die Schuldenkrise dann geantwortet hat, verstärkte sie die Spaltung zwischen Schuldnern und Gläubigern in Europa. Das ist eine ganz neue politische Frontstellung, die innerhalb der Europäischen Union damit aufgerissen wurde und die bis heute weiter wirkt. Ein zweites prägendes Ereignis war sicher die große Fluchtbewegung 2015, die zum einen in Teilen der Bevölkerung diesen Eindruck von Kontrollverlust verstärkt hat, dass die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind und gleichzeitig die Bruchlinien zwischen dem liberalen und dem national autoritären Lager in der Europäischen Union und in unseren eigenen Gesellschaften vertieft haben. Und ein dritter Faktor waren und sind sicher die Terroranschläge islamistischer Gruppen, die wie ein Brandbeschleuniger wirken. Sie sind ein gefundenes Fressen für fremdefeindliche und islamophobe Kräfte. Dieses Gefühl von Kontrollverlust spielt den Kräften in die Hände, die den Rückzug in die nationale Wagenburg predigen. Sie erinnern sich vielleicht, dass die zentrale Parole der EU-Gegner in Großbritannien let's take back control war, also Rückgewinnung von Kontrolle über Migration, über Handel, über Arbeitsplätze und das war auch eine Hauptbotschaft der Kampagne von Donald Trump in den USA. Aber unter diesen Oberflächen Phänomen stecken tiefer liegende Ursachen für das antiliberale Rollback. Aus meiner Sicht haben wir es mit einer tiefgreifenden Modernisierungskrise zu tun, mit einer Gegenreaktion auf die Gleichzeitigkeit und das Tempo fundamentaler Veränderungen, die unsere Gesellschaften von Grund auf verändern. Dazu zählt die ökonomische Globalisierung, die sich seit den 90er Jahren beschleunigt hat, mit der wachsenden Anfälligkeit der Weltwirtschaft, also der wachsenden Krisenhaftigkeit, stagnierenden Reallöhnen in den westlichen Industrieländern, Herausbildung einer neuen Klasse von Working Poor, wachsende Leistungsanforderungen und zunehmende soziale und regionale Ungleichzeitigkeiten in unseren Gesellschaften, also die Ungleichheit nimmt zu und eine tendenzielle Polarisierung zwischen Gewinnern und Verlierern der Globalisierung. Eine zweite Ursache ist die anhaltende interkontinentale Migration, also die Zuwanderung aus anderen Kontinenten, Menschen anderer Kultur, Hautfarbe, Religion, das erzeugt soziale und kulturelle Reibungen und verstärkt den Trend zu nationaler Identitätsbildung, also die Rückversicherung zu einer ethnisch und kulturell definierten nationalen Identität. Das ist eine ganz wesentliche Argumentationskette für die Nationalpopulisten. Ein dritter Faktor ist sicher auch die Revolution der Geschlechterverhältnisse, die zur Verunsicherung vor allem der weißen Arbeiterklasse beigetragen hat, wenn man studiert, wer in den USA Donald Trump gewählt hat, dann sind das eben nicht nur die sozial deklassierten Industriearbeitern aus den Rust-Bilds, Sondern es ist ein sehr starkes Element da von einem männlichen Rollback. Und tatsächlich stellt ja das Ende der patriarchalen Familie innerhalb von zwei Generationen eine sehr tiefgreifende kulturelle Veränderung dar. In Teilen der Bevölkerung erzeugt das eben kulturelle Verunsicherung, eine Krise der Männlichkeit. Und als letzten Faktor will ich noch nennen die digitale Revolution mit ihren noch gar nicht wirklich absehbaren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Struktur, auf Berufsbilder und damit auch auf biografische Sicherheit. Digitale Revolution wird bei uns vor allem ja als Bedrohung öffentlich diskutiert. Und das alles spielt sich parallel und mit großer Geschwindigkeit ab. Und in der Summe erzeugen diese Veränderungen diese Grundstimmung von Gereiztheit und Unsicherheit, auf der die national autoritären aufbauen. Das Spiel mit der Angst und mit der Wut, die aus dem Bedrohungsgefühl kommt. Das ist ein zentrales politisches Kapital für die Antiliberal Revolte. Zweifellos gibt es dafür sozialökonomische Gründe. Ich habe einige genannt. Aber es wäre ein großer Fehler, das Aufkommen dieser Strömung allein auf steigende Ungleichheit und soziale Unsicherheit zu reduzieren. Man braucht ja nur einen Blick nach Skandinavien oder nach Holland oder auch in die Bundesrepublik zu werfen. Also in Gesellschaften, die immer noch von einem hohen Maß an Wohlstand und sozialer Teilhabe gekennzeichnet sind. Es gibt eine zweite Dimension, die schwerer zu fassen ist. Und das ist ein Kulturkampf gegen die Veränderungen, die sich seit der anti-autoritären Bewegung von 68 folgende im Westen abgespielt haben und deren politische Avantgarde die grün sind. Der polnische Außenminister hat von einem Jahr bei einer Rede gewettert gegen das Europa der Feministinnen, Vegetarier und Radfahrer. Wörtlich. Also das ist sozusagen das Schreckbild, gegen das man sich abgrenzt. Und es ist eben kein Zufall, dass die AfD explizit sagt, es ginge darum, die Republik von 68 zu entsorgen. das ist ihr Feindbild und das ist ein kulturelles Feindbild. Was tun? Wenn die Diagnose richtig ist, dann gibt es nicht die einzige Antwort auf diese Herausforderung. Da gibt es nicht das Patentrezept, sondern so, wie die Ursachen für diese antiliberale Revolte vielfältig sind, brauchen wir auch eine ganze Kombination von Antworten. Ich will einige zentrale nennen. Eine vielleicht sogar eine der wichtigsten Antworten und die hat unserer Konferenz den Titel gegeben, ist die Frage, wie wir Sicherheit im Wandel stiften können. Also ein Grundgefühl von Zuversicht, dass diese stürmischen Veränderungen auf eine demokratische Weise bewältigt werden können und dass sie nicht in eine immer chaotischere und sozial tief gespaltene Gesellschaft führen. man muss also über neue Formen sozialer Teilhabe nachdenken, die zur digitalen Gesellschaft oder zur digitalen Ökonomie passen. Zum Beispiel über ein Bildungsgrundeinkommen und das Recht auf berufliche Weiterbildung, dass allen Menschen die finanzielle Möglichkeit, das finanzielle Anrecht darauf gibt, sich im Laufe ihres Lebens über mehrere Jahre hinweg und auch immer wieder zu qualifizieren oder die Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten am Produktivvermögen, wenn die These stimmt, dass Kapitaleinkommen eine immer wichtigere Rolle spielen in der Verteilung des Volkseinkommens, dann kommt es darauf an, die Primärverteilung so zu verändern, dass eben mehr und möglichst alle Menschen auch teilhaben an Produktivvermögen der Gesellschaft, die Stärkung von Unternehmertum oder des gemeinnützigen Sektors, also des Non-Profit Sektors, das sind nur einige Stichworte, über die man gründlicher nachdenken muss, über die Absicherung einer sozialen Grundsicherung hinaus. Das ist deshalb wichtig, weil die Freiheit von Furcht zu den elementaren Bedingungen der Freiheit überhaupt gehören. Die Freiheit von Furcht nicht nur in dem sozialen Sinn, das berührt auch etwa die Frage der Sicherheit im öffentlichen Raum. Diese Frage sollte man nicht der politischen Rechten überlassen. Eine zweite Antwort oder eine zweite Richtung, in die wir suchen sollten, das ist die Stärkung der republikanischen Institutionen. Öffentliche Institutionen haben eine doppelte Funktion in einer Demokratie. Sie sind wichtig für soziale Teilhabe, für soziale Integration und sie sind gleichzeitig wichtig für die symbolische Repräsentation der Demokratie. Also es sind Institutionen, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger wiedererkennen können als demokratische Gemeinschaft. Dazu gehören Institutionen wie Schulen und Hochschulen, Theater und Museen, aber auch etwa die Eisenbahn. oder ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr, der auch wichtig ist für soziale Teilhabe, also Mobilität für alle. Und gleichzeitig, wenn man mal zurückdenkt, zu der Zeit, in der Bahnhöfe noch wie Paläste gebaut worden sind, das war in der Gründerzeit im Wesentlichen, also Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, ich komme gerade aus Leipzig. Warum? Was hatte das für einen Sinn? Warum haben die sich das geleistet, solche prachtvollen Bahnhöfe zu bauen? Das waren Symbole bürgerlicher Repräsentation, das waren keine reinen Zweckbauten. Da ging es nicht nur darum, von A nach B zu kommen, sondern das war öffentliche Institutionen, die sowas wie Bürgerstolz hervorgerufen haben, genau wie die ganzen Theater und Opern und Museen, die in dieser Zeit gebaut worden sind. Elbphilharmonie, du sagst es, ich meine, das war bei den Grünen nicht besonders populär, aber man hat das unterschätzt, bei den Hamburger Grünen vielleicht gut, aber man hat das unterschätzt, die Bedeutung, die solche Repräsentationsbauten haben, für das demokratische Gemeinwesen. Das heißt, wir müssen wieder mehr investieren in die öffentlichen Institutionen, vor allem natürlich in das Bildungssystem. Das Bildungssystem ist der Schlüssel für sozialen Aufstieg und gleichzeitig neben der familiären Sozialisation die wichtigste Ressource für innere Sicherheit im wortwörtlichen Sinn, nämlich für eine Sicherheit, die von innen kommt. Es geht um die Selbstsicherheit und um die Selbstermächtigung von Menschen, souverän mit Veränderungen umgehen zu können, souverän mit Vielfalt umgehen zu können, souverän mit anderen Lebensformen und kulturellen Traditionen umgehen zu können. Dafür sind Schulen und Hochschulen ein Schlüssel. Und wenn wir dafür argumentieren, also primat der öffentlichen Investitionen, dann eben nicht nur, weil in der Wissensgesellschaft Bildung und Wissenschaft die zentrale Produktivkraft ist, die auch für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Zukunft entscheidet, sondern weil sie eben eine Ressource für demokratisches Selbstbewusstsein sind. Dazu gehört auch das Nachdenken über ein republikanisches Wir. Es fällt ja auf, dass die autoritären Nationalisten, die sprechen immer vom Wir. Die appellieren an patriotische Gefühle. an Kollektive, an Gemeinschaft. Dagegen gibt es zu Recht eine kritische Reserve aus einer liberalen und demokratischen Perspektive. Im Zentrum liberalen Denkens steht das Individuum mit seinen Rechten und seinen Entfaltungsmöglichkeiten. Aber die demokratische Republik ist eben mehr als nur die Summe von Einzelnen. Sie lebt vom gemeinsamen Handeln. Es ist eine politische Gemeinschaft, also die nicht durch Herkunft und Abstammung und Kultur oder Religion definiert ist, sondern durch gemeinsame Überzeugungen, für die man sich einsetzt. Und die so etwas wie demokratischen Patriotismus möglich machen. Man kann es auch etwas nüchterner als Verfassungspatriotismus beschreiben. Macht es wieder anschlussfähig an die Frankfurter Schule. Aber gerade für Einwanderungsgesellschaften spielt das eine zentrale Rolle. Was ist eigentlich unser Angebot an diejenigen, die bei uns einwandern? In welche Art politischer Gemeinschaft sollen und können die sich dann integrieren? Man muss das nicht unbedingt mit Fahneid und Schwur auf die Verfassung machen, aber schon mit einer klaren Vorstellung, was ist eigentlich die Wertordnung, um die es da geht. Könnt ihr die Liste noch lange verlängern? Wer kommt vielleicht noch im Laufe des Abends dazu? Gehört auch eine neue Vorstellung, eine neue Idee von ökonomischem Wohlstand, der ökologisch nachhaltig ist? Ökonomische Dynamik, Wiederherstellung von Zukunftszuversicht, dass es von nun an nicht immer nur bergab geht und alle versuchen müssen, sich so ihr Teil an einem schrumpften Kuchen zu sichern, sondern dass der gesellschaftliche Wohlstand weiter wachsen kann und auf eine andere Art wachsen kann, die nicht durch Raubbau an der Natur geschieht. Also die ganze Idee der Entkopplung von ökonomischer Wertschöpfung und Naturverbrauch. Und das alles sind eigentlich Themen, die den Grünen wie auf den Leib geschnitten sind. Die Grünen als Zukunftspartei, als Partei der Freiheit, als Partei der Ökologie, als Europa auch nochmal neu denken muss, nicht als europäischen Staat, das ist vermutlich eine Sackgasse. Und deshalb gilt meines Erachtens für die Grünen, was man so für die Lage der liberalen Demokratie insgesamt sagen kann. Die Lage ist ernst, aber man kann das Ruder herumreißen. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Konferenz dazu einen kleinen Beitrag leisten können. Vielen Dank. Vielen Dank, Ralf. Ihr dürft euch setzen. Mariam Lau kommt auch zu uns. Vielen Dank, Ralf. Das war wie nicht anders zu erwarten eine Vielzahl von relevanten Aspekten. ich würde, wenn ich darf, mal gleich zu Mariam Lau rübergehen. Mariam Lau, Journalistin von der nicht ganz unbedeutenden Wochenzeitung Die Zeit und da sehr intensiv befasst mit insbesondere innenpolitischen Themen, auch eine Beobachterin der Grünen. Ich frage mal ganz einfach und naiv, wenn Sie sich anhören, was sozusagen Ralf Höchst programmatisch so formuliert hat, als Stoff einer grünen Erzählung, ich nenne es mal so, wir wollen ja so ein bisschen fragen, wo kommen wir her, wo stehen wir und wo geht das Ganze hin, wo steht denn die grüne Erzählung wenn man es mal mit den füchsten Thesen abgleicht. Ja, also vielen Dank erstmal für die Gelegenheit hier mit zu diskutieren. Ich weiß nicht, ich höre jetzt nichts? Okay, jetzt, okay. Vielen Dank für die Gelegenheit hier mit zu diskutieren. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen und im Buch was gefunden, was ich jetzt hier, was in dem Vortrag jetzt hier wahrscheinlich schlicht aus Zeitgründen eher kürzer gehalten war. Und das war nämlich die interessante Frage, wo eigentlich der anti-institutionelle Impuls, der Impuls gegen die Institutionen, die Ralf Füchs jetzt zu Recht verteidigen möchte, wo der sich nicht nur auf der rechten fand, sondern auch auf der linken und eben auch in der linken Vergangenheit. Es gibt jetzt ein Buch über die AfD erschienen von dem Justus Bender, das kann ich nur jedem sehr empfehlen. Der hat sich ein ganzes Kapitel lang erste Parteiprogramme der Grünen vorgenommen und die mit denen der AfD verglichen und findet bis in einzelne Formulierungen hinein, Schlagwörter wie Systemparteien, also einfach die Vorstellung, dass die Bundesrepublik, nachdem man Willy Brandt erlebt hat und ich finde auch Helmut Schmidt erlebt hat, in der Lage war, von einer Republik zu reden, die von einigen Atomkonzernen ideologisch gelenkt wird. Und die Affekte gegen das Parlament, die Affekte gegen die Institutionen von Polizei will ich jetzt mal gar nicht reden. Also mir hat an dem Buch sehr gut gefallen, dass das einfließt in die sozusagen Rekonstruktion, was ist eigentlich schief gelaufen, was ist passiert. Unsitzen und eben nicht mit einem Gegner diskutieren, spricht für mich auch schon wieder Bände und wenn du mich fragst, wo steht die grüne Erzählung, fällt mir eine Szene oder vielmehr ein Eindruck vom letzten grünen Parteitag ein, der ja praktisch unmittelbar glaube ich, also jedenfalls in starker Nähe zu den amerikanischen Wahlen stattfand und alle waren noch so ein bisschen vom Donner gerührt, aber gleichzeitig hatte ich das dumpfe Gefühl, dass sich sowas wie Dankbarkeit oder klammheimliche Freude im Grunde einstellt, weil der Trump uns, also uns, die Grünen, eine Frage beantwortet hat, die wir selber, die grüne Partei, jetzt ohne weiteres nicht mehr so beantworten können, nämlich wer sind wir. Der Trump hat einem das und die Autoritären spielen einem das sozusagen zu, weil man automatisch auf der sozusagen politisch legitimen Seite ist. Und ich finde, wenn ich mal, nur jetzt noch mal einen Punkt, der mir besonders auffällt, dieser Punkt Take-Back-Control, das ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern es gab einen Kontrollverlust. Es gab und gibt beim Thema Zuwanderung einen massiven Kontrollverlust. Wir wissen von vielen Leuten, die zu uns gekommen sind 2015, immer noch nicht, wer das ist und das ist für unser einen, der in Bezirken wohnt, sagen wir mal, wo das nicht so ein Problem ist, nicht so eine Schwierigkeit, aber für die Leute, die dann eben einen Trump wählen, ist es eine und ich finde, wir haben uns so eine pädagogische Art angewöhnt, über Sorgen und Nöte zu reden. Wir haben hier nicht nur Sorgen und Nöte, wir haben hier ein Nein. Und gerade für Leute, die demokratische Institutionen hochhalten wollen, ist es ein Riesenproblem, ich habe das heute nochmal nachgelesen, in der ersten Parlamentsdebatte nach der Grenzöffnung gab es nicht eine einzige Stimme im ganzen Bundestag, die gesagt hat, das, was wir hier machen, ist Gaga. Das war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht keine massenhafte Stimmung, aber zwei Monate später war es eine massenhafte Stimmung und es ist ein Riesenproblem, dass sich in den Institutionen, die wir hochhalten wollen, diese Stimmung nicht artikuliert hat. Jetzt machen wir erstmal Schluss. Vielen Dank, Mariam Lau. Ich wusste, warum wir dich einladen, weil dann wird es uns auf keinen Fall langweilig. Ich würde jetzt gerne, bevor Ralf Hüchs antwortet, beziehungsweise wir ins Gespräch kommen, das gerne nochmal ein bisschen auftröseln, damit wir nicht über alles gleichzeitig sprechen. Und vielleicht, Ralf, fange ich mal tatsächlich mit der Frage an, nach dem grünen Staatsverständnis. Ich nenne es mal so, denn wir hatten ja nicht nur Willy Brandt, wir hatten ja dann auch noch Helmut Schmidt und den heißen Herbst und wir hatten eine Ökologiebewegung, die in Wühl und Goll eben auf der Straße stand. und dann lernt man ja als Partei dazu und entwickelt sich weiter. Also wie interessant und virulent ist eigentlich diese Frage nach dem republikanischen Institutionenverständnis und dem Staat? Das wäre doch jetzt die Frage für die Grünen heute. Du hast ja selbst jetzt schon in deiner Frage diese Transformation, die die Grünen da in den letzten 30, 35 Jahren durchlaufen haben, als eine Art von Bildungsroman beschrieben. Und tatsächlich stimmt das ja. Also es stimmt auch für mich biografisch. Wir haben ganz anders angefangen bei mir und vielen, die damals in der Gründungsgeneration der Grünen eine Rolle gespielt haben, war das tatsächlich noch ich würde sagen nicht nur der anti-institutionelle Reflex, sondern es war der Generalvorbehalt gegen die sogenannte bürgerliche Demokratie. Ja, und die linke Denktradition, die sagt, die bürgerliche Demokratie ist ja nur die Fassade für die Herrschaft des Kapitals. Das findet man heute in der Rhetorik der Linkspartei auch immer wieder. Ja, eigentlich sind das die Konzerne, das Finanzkapital, die ziehen, die Strippen, die Politiker sind nur die Marionetten oder die Beauftragten für die Herrschaft des Kapitals. Und das war tatsächlich eine Haltung, die bis zur Demokratie Verachtung ging. Wenn man sagt, das ist ja nur Fassade. Und die eigentliche Frage, an der sich Fortschritt oder Barbarei entscheidet, ist Sozialismus oder Kapitalismus. Das war die Denkschule. Und das hat sich für viele doch verändert, auch im Übrigen, ich würde sagen, durch eine Kombination von eigenen Erfahrungen mit dem Parlamentarismus. Also ich war zum Beispiel wirklich beeindruckt von dieser kleinen Bremer Bürgerschaft, dem Erbe einer langen Tradition einer Stadtrepublik. Es gab auch eine ganze Reihe von wirklich imposanten Personen da in diesem Parlament und die Debatten. So, aber auch nochmal über durch ein Nachdenken, was eigentlich in diesem 20. Jahrhundert passiert ist, mit Nationalsozialismus Schrägstrich Faschismus und Linksradikalismus Schrägstrich Kommunismus als in zwei großen totalitären Bewegungen. Und das hat mit zu der Schlussfolgerung beigetragen, die ich jetzt auch nochmal in dem Buch begründe, dass die Hauptkampflinie verläuft zwischen Demokratie und Autoritarismus. Wir können unterschiedlicher Auffassung sein, über wirtschaftliche Fragen, über sozialpolitische Fragen, über alles Mögliche. Wie viel Staat brauchen wir, wie viel Markt, welche Rolle spielen Unternehmen. Aber das kann man alles aushalten und muss man aushalten, solange es sich innerhalb demokratischer Institutionen und Spielregeln abspielt. Und heute sind wir wieder an einem Punkt, wo Kerninstitutionen der liberalen Demokratie die infrage gestellt werden. In Polen und Ungarn, in Russland schon lange, aber latent auch in den USA von dem radikalen Flügel um Trump, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Gerichte, Unabhängigkeit der Medien, politischer Pluralismus. Und das sind die Kernfragen, um die es geht. und wo es auch wirklich was zu verteidigen gibt. Ich hatte manchmal auch Debatten über den Titel des Buchs Freiheit verteidigt, ist das nicht zu defensiv? Doch, es gibt was zu verteidigen. Nämlich genau die Errungenschaften dieser liberalen Demokratie, an denen wir in den letzten 30 Jahren doch mit gestrickt haben. Und im Grunde kann man diese Frage, was ist mit den Grünen und ihrem Verhältnis zur Demokratie passiert, auf eine zweifache Art beantworten. Die Demokratie hat uns ein Stück erzogen, aber wir haben sie auch verändert. Wir haben sie verändert, wir haben sie liberaler, offener, bürgerschaftlicher gemacht, multikultureller. Und deshalb sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, ja, es gibt was zu verteidigen, gleichzeitig gibt es was weiter zu entwickeln. So würde ich jedenfalls meine Position beschreiben. Vielen Dank, Ralf. Ich gehe mal die Lausche Agenda weiter durch und es gibt ja noch eine zweite ganz interessante Paradoxie, nämlich dass wir gerade eine extreme Konjunktur von Begrifflichkeiten wie Angst und Sorge haben. Heinz Bude, der morgen bei uns ist, spricht von der Gesellschaft der Angst und jetzt gehört ja nicht sehr viel historische Kompetenz dazu, um zu wissen, dass die Ökologiebewegung in ihrer Gründungszeit und auch die Grünen in ihrer Gründungszeit eigentlich, Hans-Jonas sprach von einer Heuristik der Angst ohne die ökologische Politik überhaupt nicht, der Furcht ohne die ökologische Politik gar nicht möglich sei. Insofern gibt es ja auch da eine starke Parallelität gegenüber einer grünen Erzählung, die ja jetzt sehr stark auch auf eine Fortschrittserzählung und auf Zuversicht zielt und weniger auf Schockstarre und Angst. Also ich frage dich jetzt nochmal, Maria, müssen wir nicht eigentlich auch aufpassen, dass man vor lauter Sorge und Angst die Zuversicht und den Mut so ein bisschen aus den Augen verliert gerade? klar, also das hat ja auch, ich würde mal sagen, mit den Wahlen in Baden-Württemberg hat sich das ja auch in der Partei durchaus etabliert, also boing, sind die Grünen da, ausgerechnet im Wirtschaftswunderland und sollen jetzt diesen Autostart lenken. So, wie kann man das machen? und dann kam eben der Kretschmann, der ja einer der wirklichen, der wenigen, würde ich mal sagen, genuinen Ökologen an der Parteispitze ist und hat gesagt, das kann man machen, erstens mit einer Portion Christentum, die er mitbringt, dann mit der, also auf die harte Weise gelernten Aussöhnung mit dem Kapitalismus und dann mit der Aussöhnung zwischen Kapitalismus und Ökologie. Und der, finde ich, hat das doch sehr nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes in die Partei eingebracht. Man muss jetzt allerdings sagen, dass ihm da nicht die ganze Mannschaft gefolgt ist und ich habe jetzt überlegt, als wir in der Redaktion über die Wahlen im Saarland sprachen, wo man damit rechnen muss, dass die Grünen rausfallen, man müsste jetzt mal irgendwie so eine fulminante Verteidigung der Partei schreiben und als erstes, als ich darüber nachdachte, was ist jetzt mein schlagendes Argument, warum kann man jetzt die Grünen nicht einfach vergessen oder gar den Grünen empfehlen, wieder zurück in die SPD zu gehen. Gibt es ja auch eine Überlegung, die ich jetzt ... Ja, ihr wart Fleisch vom Fleische. Nein, ähm ... Ja, also das, da ist doch die erste, war die erste Frage, die mir einfiel, die Geschichte mit dem Klima. Also die Nachrichten von der Klimafront sind in der Tat dramatisch und ich wüsste nicht, wie man jetzt sozusagen mit schierem Optimismus dieser dramatischen Zuspitzung jetzt begegnen sollte. Ich finde den Optimismus gut, der auch gerade bei Ralf Fuchs immer aus den Zeilen entgegenspringt, aber ich finde es auch richtig, dass die aktuelle, Parteiführung der Grünen wieder sagt, übrigens dieses Thema ist nicht erledigt. Also da haben sie schon nicht Unrecht. Ich hänge gerade noch ein bisschen an Kretschmann, weil ich meine, die Gegenfrage wäre ja, ob nicht dieser kretschmannsche Wertkonservatismus, also dieses Bewahrende, eben gerade nicht progressive eigentlich das so ausbalanciert, dass man da dann eben auch dieses moderne bis hin zur industriellen Transformation dann... Nee, also ich finde, da tut man ihm Unrecht. Der hat ja 20 Jahre da in der Fraktion sehr genau beobachtet, wie wenig die CDU bereit war, Dinge wirklich zu reformieren und im Grunde genommen marktwirtschaftlich zu agieren oder so weiter und er sagt, klar, also natürlich des Hauptmoments des Ökologischen ist erstmal die Bewahrung der Natur und so weiter, aber das, was er für Baden-Württemberg entwickelt hat, beruht schon darauf, dass er sagt, wir finden hier immer bessere Lösungen und darauf ist die Industrie auch angewiesen, dass der Staat sozusagen ihnen das abverlangt. Okay, Ralf, ich würde vielleicht mal an dich genau die umgedrehte Frage stellen, als Menschen, die sich eher als progressiv begreifen, Veränderung, Mut zur Veränderung, Zuversicht, von der Zukunft gezogen, der Entwurf für das Wahlprogramm Zukunft wird aus Mut gemacht. Aus Mut nicht aus Mut aus Mut gemacht. Ich meine, welche, was bleibt denn noch von dieser, sagen wir mal, urgrünen Dimension der Angst und der Sorge? Also wie läuft denn das zusammen mit dem Mut? wie man berechtigte Sorge transformiert. Ich meine, wenn man nochmal zurückguckt, die Urschrift der globalen Öko-Bewegung. 1972, Report von Dennis Meadows und seinem Team an den Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Wenn man sich das nochmal durchliest, habe ich vor ein paar Jahren gemacht, als ich ein anderes Buch geschrieben habe, da fiel auf, erstens ein vollkommen darwinistischer Grundzug in der Art, wie die ökologische Krise beschrieben worden ist. Also die Erde ist ein endlicher Raum. Wir sind durch den übermäßigen Konsum, den übermäßigen Verbrauch von Ressourcen und übermäßige Emissionen und so weiter, sind wir dabei, die Tragfähigkeitsgrenzen des Planeten zu überschreiten. Also ist die Antwort darauf, wir müssen zurück. Und das in einem ganz autoritären Gestus, nämlich durch rigide Kontrolle der Produktion, des Konsums und der Fortpflanzung im Übrigen. Also mit so einem gewissen latenten Neid auf autoritäre Regimes, die im Grunde Dinge einfach mal anordnen können. Genau, und das ist kein Zufall, dass einer der Co-Autoren damals, der Jürgen Randers, heute als Sympathisant des chinesischen Modells auftritt, der hat gerade auch wieder einen neuen Report an den Club of Rome geschrieben, genau deshalb, weil er der liberalen Demokratie nicht zutraut, dass sie die notwendigen Verzichtsleistungen durchsetzt, weil er die Lösung der ökologischen Krise nur im Verzicht sieht. Und wenn man in dieser Dimension denkt oder in dieser Logik der ökologischen Krise denkt, dann landet man tatsächlich entweder bei Esoterik, also wir müssen uns radikal ändern, unser Leben radikal ändern, vom Haben zum Sein und zu Hause bleiben, statt durch die Weltgeschichte chatten und meditieren, statt konsumieren, so. Oder man landet bei autoritären Konsequenzen, also dem ökologischen, von Ökodiktatur. Und deshalb ist die Alternative, also wie buchstabieren wir eine freiheitliche Ökologie, eine Ökologie, die mit Demokratie vereinbar ist und die nicht irgendwie beansprucht, radikal die Menschen zu verändern als Bedingung für die Lösung der ökologischen Krise. Klar, aber dass wir für das Zwei-Grad-Ziel irgendwelche Dinge werden anordnen und verbieten müssen, da sind wir uns gebraucht. Ich bin ja auch für das Ordnungsrecht, aber das ist doch nicht die Antwort, wenn wir unsere CO2-Emissionen um 90% reduzieren müssen, dann muss der Löwenanteil dieser Reduktion durch Innovation kommen. Und zwar durch Sprunginnovation, durch kreative Lösungen, unser Energiesystem komplett auf Erneuerbare umzubauen, Mobilität umzustellen auf Elektromobilität, Chemieindustrie, auf Naturstoff, also so, wir müssen, ich würde sagen, das ist viel radikaler unsere Produktionsweise umbauen und dabei setzen auf die Fähigkeit der Moderne zu kreativen Lösungen auf selbst gemachte Krisen. Das wäre so, würde ich sagen, eine Art Ökologie durchzubuchstabieren, eine Art Ökologie durchzubuchstabieren, die mit der Moderne vereinbar ist und nicht auf Kriegsfuß mit ihr steht. Ihr Wort in Gottes Ohr. Vielleicht passt das ja, gut, jetzt sind wir bei der Demokratiefrage, es ist ja auch noch ein Unterschied, ob die Demokratie Ordnungspolitik beschließt oder ob jenseits der Demokratie ordnungspolitische Vorstellung exekutiert werden. Aber jetzt nochmal als dritte und letzte Cluster entlang Mariam Lau tatsächlich nochmal diese Frage der demokratischen Kontrolle. Weil auch da gibt es ja eine interessante Paradoxie, diese These vom Verlust des Primats der Politik, des Primats der Demokratie kommt ja auch von links, also sozusagen von demokratisch links, dass man sozusagen, dass die nationalen demokratischen Institutionen in einer ökonomisch globalisierten Welt gar nicht mehr entscheiden können und diese neuen demokratischen Institutionen, die wir bräuchten, sind sehr weit weg, sind weitgehend nicht existent. Das ist ja zum Beispiel die Streeksche These vom demokratischen Vakuum, die ja dann auch in der linken Schnur strax wieder zu einer Petitum auf Renationalisierung zurückführt. Also auch da nochmal, das ist natürlich eine Schlüsselfrage, wie ist es denn jetzt mit der Demokratie zwischen den nationalen Demokratien, die in der Globalisierung nur noch limitiert handlungsfähig sind und der supranationalen Demokratie, die ja in vielen Fällen eher eine Hoffnung ist als eine Realität. Also was heißt es eigentlich unter globalen Bedingungen demokratische Kontrolle zurückzugewinnen? Weil das wollen wir ja irgendwie alle. Naja, eine wichtige Voraussetzung, wenn man nochmal an die Finanzkrise anknüpft, scheint mir zu sein, dass da man schon gemerkt hat, dass es ohne die Institutionen nicht geht, auch die verunglückten Banken brauchten dann, also was dann immer hieß, Sozialismus für Banken, also auch die Banken waren auf den Staat angewiesen, es ging eben nicht ohne die Institutionen, man brauchte die, ohne die nationalen Institutionen, die aber im Konzert dann handeln, nur was man natürlich auch gemerkt hat, ist, wie fatal es ist, wenn dann gemeinsam gegebene Regeln gebrochen werden. Und das finde ich ist sowohl in der Finanzkrise als auch in der Flüchtlingskrise ein ganz entscheidender Punkt. Und der dritte entscheidende Punkt scheint mir das Verhältnis zum Demos zu sein, also für Linke eben auch, welches Verhältnis haben Linke eigentlich zum Volk. Und da scheint mir oft, also auch mal wieder das Beispiel Kretschmann zu bemühen, der hat ja keine Probleme mit dem Konzept von Volkspartei, aber viele haben das eben. Und viele haben eben immer noch eine Vorstellung von Deutschland als Feindesland, das ist vorbei, aber doch in vielen Bereichen fremd. Also ich finde die Tatsache, dass es keinen einzigen grünen Innenminister gibt, die ist sprechend, aber das führt jetzt zu weit weg. Ich wollte nur sagen, eben diese drei Punkte scheinen mir entscheidend, unter anderem auch das Verhältnis zu dem Volk, Demos. Also zum einen glaube ich, dass wir in den letzten Jahren oder ein Teil der globalisierungskritischen Demokratiekritik die Handlungsmöglichkeiten nationaler Demokratien runtergeredet hat. Ich bin, um das jetzt mal gleich vorweg zu schicken, damit es nicht ins falsche Ohr kommt, natürlich der Auffassung, dass wir mehr an supranationalen Institutionen Regulierung brauchen, komme ich gleich noch drauf. Aber dieses Gerede, dass die nationale Politik völlig ohnmächtig ausgeliefert sei, diesen Kapitalströmen und internationale Märkte, das ist wirklich Baller Baller. Wenn man sieht, den Kreis der Entscheidungen, die heute im Bundestag und in anderen nationalen Parlamenten getroffen werden, das berührt immer noch den größten Teil des Alltagslebens der Menschen. Das wird immer noch auf nationaler Ebene entschieden und geregelt. Und da ist es eher eine Frage von demokratischem Selbstbewusstsein, auch entsprechend zu agieren und zu regieren. Gleichzeitig stimmt es natürlich, dass in ganz zentralen Handlungsfeldern, ob das die Klimakrise ist oder eben die internationalen Finanzmärkte mit ihrer destruktiven Wucht, der Hebel des Nationalstaats zu kurz ist. Wir also supranationale Regulierung brauchen, aber auch da würde ich sagen, stimmt denn diese These, dass die Lücke immer größer geworden ist zwischen Globalisierung der Wirtschaft und nationaler Politik. Also wir haben doch eine Vielzahl von internationalen Institutionen geschaffen über die letzten Jahrzehnte, die durchaus wirkmächtig sind. Ich meine, die letzte große Erfolgserlebnis war die Pariser Klimakonferenz mit einem globalen Klimaregime, das da etabliert worden ist. Jetzt kann man sagen, das ist ja immer nur auf dem Papier, aber das war ein richtiger Durchbruch nach 20 Jahren Klimadiplomatie. Und wir haben im Rahmen des UN-Systems eine ganze Reihe von Organisationen, ob das die Weltbank ist oder der Internationale Währungsfonds oder wir haben die Welthandelsorganisation, wir haben die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO, wir haben die Weltgesundheitsorganisation, wir haben eine Vielzahl von Verträgen, Vereinbarungen, Regulierungen, die sind oft interstaatlich, intergovernmental, aber die schaffen eben doch sowas wie ein System von Global Governance. und das darf man nicht in den Kategorien der klassischen Staatlichkeit denken, sondern das sind andere Arten von politischer Regulierung, die sich da entwickeln, zum Teil übrigens auch mit aktiver Beteiligung der Zivilgesellschaft. Also diese ganzen Fairtrade Regimes zum Beispiel, die Zertifikate für fair gehandelte fair gehandelte Textilien oder Forest Stewardship, also nachhaltige Forstwirtschaft. Das sind alles Vereinbarungen, die sind ausgehandelt worden zwischen NGOs und Unternehmen. Reicht es aus? Nein, reicht nicht aus. Ist es transparent genug? Sicher nicht. Aber was ich sagen will, ist, dass wir wirklich sehr umfassendes Netzwerk inzwischen von supranationaler Kooperation und neuen internationalen Institutionen haben, die uns Schritt für Schritt in Richtung Global Governance bringen. Und daran müssen wir weiter stricken. Das wird nicht dazu führen, dass die Nationalstaaten ihre Funktion verlieren. Das war vielleicht auch ein Irrtum in unserer Europadiskussion, dass wir dachten, die lösen sich langsam auf wie Zuckerstücke im Wasser. Nein, sondern wir gehen in Richtung mehr Ebene Demokratie. Und da wäre ich, letzter Satz, also vergessen wir mal eine Größenordnung nicht, das ist kommunale Selbstverwaltung. Kommunale Selbstverwaltung ist für Demokratie die Grundlage. Vielen Dank. Jetzt fiel natürlich schon das nächste Stichwort Europa, was ja spätestens seit Trump auch noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, aber ich würde vorschlagen, wir diskutieren ja noch eineinhalb Tage weiter, meine Damen und Herren, dass wir jetzt trotzdem, wir können ein bisschen länger machen, weil wir auch später angefangen, vielleicht noch so zwei, drei Stimmen aus dem Publikum zulassen und es gibt darum bitten, danke Ralf, und es gibt auch ein Mikrofon, das vielleicht als erstes hier in die erste Reihe wandert, bitte kurz und prägnant, wir gucken mal, wie wir mit der Zeit hinkommen. Also ich fand alles, was auf dem Podium gesagt wurde und auch in dem Einleitungsvortrag gesagt wurde, richtig, zu großen Teilen richtig und auch sehr interessant, aber ich glaube, im Gegensatz zu der Frage der ökologischen Umstellung der Industrie und des Produzierens, seid ihr diesmal nicht wirklich auf den tiefsten Punkt gekommen. Nämlich, also meines Erachtens ist das Hauptproblem, warum diese Gesellschaft zu kippen scheint, liegt daran, dass die einfachen Leute meinen, dass wir, also die Eliten, die politischen Eliten, die wirtschaftlichen Eliten, die wissenschaftlichen Eliten, verachten, wie sie leben und weil sie glauben, dass wir verachten, wie sie leben, das merken sie an allen möglichen politischen Diskursen, an allen möglichen Dingen, wie wir mit ihnen umgehen, weil sie das glauben, vertrauen sie schon seit vielen Jahren nicht mehr den Regierenden, dass die wirklich im Blick haben, was gut für sie ist. Wir haben die Situation gehabt, direkt nach der Wende, wo eine Frankfurter Kulturdezernentin mal sinngemäß gesagt hat, mir ist die Toskana näher als Frankfurt an der Oder. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Toskana oder irgendein Ort in Italien, das hat sie aber jedenfalls so gesagt. Und das trifft genau das, was ganz viele Leute aus den Eliten empfinden. Dass ihnen nämlich dieses Kosmopolitische wichtiger ist, als die armen, einfachen Leute hier im Land, die auch noch frauenfeindlich sind, die sowieso doof sind, die sich für Politik nicht interessieren und so weiter und so fort. Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Ich wollte nur sagen, das ist der große Vorteil von Winfried. Dem glaubt jeder, dass ihn diese Leute interessieren. Und deswegen funktioniert auch seine Politik an dem Punkt. Vielen Dank. Genau, dann würde das Mikrofon jetzt erstmal in die Mitte wandern. Ja, genau. Eine Mischung aus Frage und Bemerkung würde ich gerne noch einwerfen. Carsten von Wissl bin ich aus Berlin, ich lebe hier als Sozialwissenschaftler. Die Konrad-Adenauer- Stiftung hat vor etwa sechs Wochen ein Zukunftsmagazin rausgegeben und da waren zwei, drei Aufsätze drin, die für uns auch hier in der Debatte interessant sein könnten, nämlich kurze Texte und Aufsätze über illiberale Demokratie. Einer von Jan Fleischhauer können wir hier vergessen, dann aber auch einer von einem ungarischen Politikwissenschaftler, Regierungsberater, der sagt, in Ost-Mitteleuropa, in unserem Land funktioniert liberale Demokratie nicht und mit der illiberalen Demokratie, das passt jetzt ein bisschen zu meinem Vorredner, vertreten wir die Interessen der 99 anderen Prozent, die nicht zu dem einen Prozent gehört, das im Kapitalismus alles abgreift. Das nur als Einwurf jetzt an der Stelle, ich teile das nicht, ich habe ein paar Sätze in meinem eigenen Blog auch darüber geschrieben, halte ich für Quatsch, aber ich wollte es hier mal einwerfen. Dann noch der andere Aspekt, ich glaube, der ganz große Fehler des liberalen Diskurses war es, dass er in den letzten Jahren zu stark und da muss ich jetzt kurz auf englische Sprache rübergreifen, eine Gleichsetzung von Political Reason und ökonomisch quantitativer Rationalität gemacht hat, was dann auch zu einer Art normativen Entkernen der liberalen Demokratie in meinen Augen geführt hat, die sie jetzt einholt. mit all den Problemen und Herausforderungen, die wir da jetzt haben. Vielen Dank. Dann würden wir hier nach rechts hinten ja, ich kann es nicht ändern, ich mache das in der Reihenfolge, in der ich sehe. Ulrich Berger von der Initiative Kleiner Fünf, eine Frage an Ralf. ich hatte das Gefühl, dass wenn Rechte was sagen, was Linke schon mal gesagt haben, dann sind immer die Linken schuld, dass die Rechten das jetzt irgendwie sagen oder und ich frage mich, wenn die Grundwerte stimmen, also wenn wir halt wissen, was die Werte sind, wofür wir stehen und von da aus argumentieren, dann kann man auch Lobbyismus kritisieren, ohne Rechten in die Hand zu spielen, wenn man genau erklärt, wo man herkommt und warum man es macht. Das andere geht an Mariam Lau. Die Frage mit der Öffnung der Grenze und warum es so schlimm ist, dass im Bundestag dann jemand was dagegen gesagt hat. Da hätte ich gerne noch eine Einschätzung von Ihnen im Hinblick vielleicht darauf, dass die Abgeordneten vielleicht die Situation anders eingeschätzt haben im Hinblick auf die Verantwortung Deutschlands in Europa und die Situation an den europäischen Grenzen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann, Michael, würden wir Sie hier auch noch dran nehmen und ich vermute, dass wir dann schon genau hier. Anja, du hattest dich auch noch gemeldet? Ja, danke. Also, die Partei heißt ja Bündnis 90 die Grünen und mir fiel auf, dass dieses andere Attribut nicht einmal fiel jetzt bei den Ausführungen und ich würde doch mal interessieren, warum ist der Einfluss von Bündnis 90 so schwach bei den Grünen, sowohl in der Leitung als auch in den Identitäten. Es sind ja viele Dinge, die zwar unter ideologischen Dingen in dem untergegangenen Staat waren, aber die dank der Initiativen von Bündnis 90 doch in die gemeinsame Partei eingebracht wurden und die ich aber vermisse, dass sie jetzt leben in der Partei, nicht zuletzt auch durch die entsprechenden Persönlichkeiten, die nicht mehr repräsentativ sind. Vielen Dank. Vicky Benner weist gerade darauf hin, dass Katrin Göring-Eckardt als einer der beiden Spitzenkandidaten eigentlich genau daherkommt, aber trotzdem geben wir die Frage natürlich gern weiter und jetzt nehme ich Hanja Heiduk auch noch dran und dann kommen wir zur abschließenden Antwortrunde für dieses Panel. Vielen Dank, Peter. Ich möchte zwei Punkte machen und dazu fragen und ich würde es Ralf Füchs und Mariam Lau überlassen, wer wo zu Stellung nimmt oder beides. Ich möchte einmal fragen vor dem Hintergrund, dass ich es jetzt sagen wir mal nicht nur verwunderlich finde, dass es einen Gegenimpuls gibt zu einer Prägekraft die sicherlich die linke und progressive Bewegungen geschafft haben in unserer Gesellschaft, dass es dann auch mal eine Gegenreaktion gibt. Das finde ich erstmal nicht völlig verwunderlich, was mich dann mehr natürlich dabei interessiert, was müsste eigentlich für uns Grüne die Tonlage sein, sich damit auseinander zu setzen. Weil ich finde eine reine Reflexion, warum das so ist, reicht nicht, sondern auch, es muss ja eine grüne Reaktion sein, gerade weil wir ja sehr demokratiebewusst sind, um die Mehrheit in dieser Bevölkerung. Und da ist für mich so ein bisschen natürlich auch die Frage, in welchem Stil und in welcher Tonlage und in welcher Rolle kommt uns dazu, auch gerade uns mit denen auseinander zu setzen, mit denen wir nicht einer Meinung sind, mit Blick dann auf die Mehrheit, die in diesem Land entscheidet, wer das Land führt. Da würde ich noch gerne eine Einschätzung zu hören. Anderer Punkt, den ich machen wollte, ist es nicht so, dass die internationalen Organisationen, die auch auf internationaler Ebene Politik gestalten sollen, dass da auf eine Weise eine Langsamkeit herrscht, im Verhältnis zur Schnelligkeit, wie Ökonomien international agieren, dass es da auch ein wirklich besonderes Misstrauen gibt, ob demokratisch kontrollierte internationale Organisationen es wirklich schaffen, auch diese ökologischen und sozialen Leitplanken zu setzen, die man vielleicht braucht, um diese Herausforderungen, die wir haben, mit einer Klimakrise, mit einer Finanzkrise, auch beherrschbar zu halten. Das ist jedenfalls eine Frage, auf die wir auch Antwortstrategien entwickeln müssen, dass wir wirklich mehr Tempo und mehr auch der internationalen Ebene abverlangen müssen, um zumindest auch mal zu einer ehrlichen Problembeschreibung zu kommen. Vielen Dank, Anja. Ihr Lieben, es gibt jetzt hier ein Fühlhorn an Fragen, bitte konzentriert euch auf die Quintessenzen. Ich bin Anja Heiduck sehr dankbar, dass sie noch mal darauf hingewiesen hat, dass wir nach Antworten suchen, genauer gesagt, nach Elementen einer grünen Erzählung. Deswegen tatsächlich, Mariam Lau, vielleicht darf ich mit dir anfangen, jetzt noch mal wirklich aus so ein bisschen die Frage, was soll die grüne Strömung tun? Weniger, was soll sie nicht tun, sondern was soll sie tun? Also ich finde dieses Thema aufgreifen, es geht um das Sicherheitsgefühl. Wo können die Grünen diesen Ball aufnehmen? Und da finde ich, gibt es zwei ganz wichtige Felder, über eins haben wir schon kurz gesprochen. Ich finde, es sollte wirklich ein grüner Ehrgeiz sein, Sicherheitspolitik, das passiert ja auch schon auf sehr vielen Ebenen, konzeptionell, sich mit Sicherheitspolitik und auch mit innerer Sicherheit zu beschäftigen, aber wenn dann sowas passiert, wie dass man in Berlin den Posten des Innensenators haben könnte und den dann aber ablehnt, hat man eben, finde ich, ein argumentatives Problem. Also man will sich da nicht in die Verantwortung nehmen lassen und sowas, finde ich, ist ein Riesenfehler. Dann finde ich eine, also das ist jetzt ein bisschen schlicht gesagt, aber nochmal, ich finde, wir setzen uns zu wenig direkt auseinander. Hier müsste jemand sitzen, der Nein sagt und dann kommt man ins Gespräch. Zu diesem Punkt mit der Grenzöffnung, dass niemand im Bundestag war, der die komplette Kontraposition vertreten hat. Ich finde, für den 4. September kann man dieses Argument, wir wollten Zeit gewinnen für Europa, weil eine europäische Lösung nicht da war, machen, aber nicht für die vier Monate danach. Und auch wenn man das für den 4. September immer noch hätte argumentieren können, muss trotzdem im Bundestag jemand sitzen, der auch dann sagt, ich muss mir die Position ja nicht zu eigen machen, aber es fehlte einfach die politische Gegnerschaft. Wohin geht jemand, der kein Rassist ist und der aber sagen möchte, das war ein Fehler? Wohin sollte der gehen? Ich finde das, also die CSU hat ja dann kurz mit dem Gedanken gespielt, sich auf Bundesebene auszuweiten, das wäre ein Politikangebot für solche Leute gewesen, das gab es aber nicht, also ich meine die Wahlen sind halt nicht auf Bundesebene und da hat Seehofer diese sehr unglückliche Rolle gespielt, vom Unrechtsstaat zu reden und gleichzeitig Teil der Regierung zu sein. Was ich sagen will ist, nicht um mich zufriedenzustellen, ich kann den 4. September vertreten, aber dass diese Position nicht da war, das ist einfach schlecht für eine Demokratie. Bündnis 90, ich bin nicht so ganz sicher, was Sie meinen, aber was ich einen wichtigen Punkt finde, ist, dass eine bestimmte politische Strömung, die in Amerika ganz selbstverständlich ist, nämlich der liberale Antikommunismus, der spielt in Deutschland ja praktisch keine Rolle. als politisches Movens oder, also ich finde, dass man in der Haltung zu Russland oft spürt, was da fehlt. Und ich finde schon, dass Katrin Göring-Eckardt genau das repräsentiert, also eine Erfahrung mit der DDR, die Erfahrung von der Befreiungsbewegung, aber ich finde, man merkt auch, wie wenig das ins allgemeine Selbstverständnis von Deutschland übergegangen ist, dass wir eine erfolgreiche friedliche Revolution hatten. Wie viele Leute sind darauf stolz? Achso, ja gut, das ist jetzt natürlich ein sehr spezielles Problem. Da kann ich jetzt schwer was zu sagen. Alph. Ja, ich greife mal zwei, drei der Fragen raus, die nochmal ans Eingemachte gehen. Mit der Verachtung der kleinen Leute. Ich würde das so nicht teilen, aber es gibt sicher zumindest zwei Elemente, über die man nachdenken muss. Das eine ist, dass uns vielleicht bestimmte soziale Problemlagen ein Stück aus der Wahrnehmung verschwunden sind. Das war in den USA sicher stärker als bei uns. Also, weil da die sozialen Verwerfungen auch tatsächlich dramatischer sind, also zum Beispiel der Verlust industrieller Arbeitsplätze als Folge der globalen Konkurrenz alleine durch chinesische Importe, also Importe aus China sind etwa zwei Millionen Arbeitsplätze in den USA verloren gegangen. Und sagen, sich nicht zu kümmern um die Leute, die da unter die Räder gekommen sind. Das ist etwas, ob zu Recht oder nicht, was der Clinton-Kampagne anhing. Ja, dass für die sagen, diese ganzen kulturellen Identitätsfragen wichtiger waren als die soziale Krisensituation in diesen deindustrialisierten Regionen. Da muss man aufpassen. Es gibt auch bei uns, ich habe vorhin dieses Stichwort genannt, der Working Poor, es gibt Teile der Bevölkerung, deren Situation muss man stärker wahrnehmen und versuchen mit ihnen Antworten zu finden, die ihre Situation verbessern. Das ist sicher ein Element, ein kulturelles ist ein anderes. Man kann Leuten und sollte schon auch die Folgen ihres Handelns vor Augen führen. Zum Beispiel wenn es um Fleischkonsum geht, bin ich sehr dafür, darauf aufmerksam zu machen, wie dieses Fleisch produziert wird. Wie also Tiere in der Massentierhaltung misshandelt werden, das soll man ruhig sagen. Aber man sollte es möglichst ohne erhobenen Zeigefinger sagen und nicht diejenigen verachten, die eben immer noch gerne ihr Schnitzel essen. Und man muss da auch Wege finden, die das nicht einfach als Frage der individuellen Moral, sondern um dein Stichwort mit dem Ordnungsrecht aufzugreifen, man muss eben Verordnungen machen, die bestimmte brutale Form von Massentierhaltung verbieten. Aber nicht zu sagen, die Leute schlecht machen so. Und dass man Frauen nicht schlagen sollte, das sollte man ruhig auch offensiv sagen. Das sollte man nicht als Gewohnheitsrecht bestimmter Milieus akzeptieren. So. Ja. Mit der illiberalen Demokratie, das ist ein interessanter Punkt. Orban hat das ja offensiv als Begriff sich zu eigen gemacht. Und das verweist auf im klassischen Liberalismus, die berühmte Kritik, gibt es eine Leerstelle, wenn man nämlich liberale Demokratie nur als eine Summe von Verfahren definiert. Von Prozessen und Verfahren, die eben inhaltlich vollkommen offen sind. Und wo es nicht um richtig und falsch geht, sondern um demokratische Mehrheitsbildung. Und ich glaube, dass es ein drittes Element braucht, nämlich sowas wie große Erzählungen. Der Begriff ist vorhin gefallen mit den Fortschrittserzählungen. Also die ein politisches Wir stiften und eine gemeinsame Vorstellung von einer besseren Zukunft. Mit dem Lobbyismus kritisieren, ja natürlich, nicht jede Kapitalismuskritik ist verkehrt. Und bloß weil Le Pen und Co gegen Globalisierung sind, ist auch nicht jede Globalisierungskritik verkehrt. Man muss erstens nur gucken, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, zum Beispiel im Protest gegen Freihandelsabkommen, selber in ein protektionistisches Fahrwasser kippt. Und was mir aber noch wichtiger ist, und das ist, glaube ich, eine Denksportaufgabe für die Linke, man muss nochmal neu darüber nachdenken, welchen Zusammenhang es gibt zwischen einer freiheitlichen politischen Ordnung und einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung. Das ist nämlich das Kernargument des klassischen Liberalismus und da folge ich ihm ausdrücklich, dass zum Beispiel das Recht auf Eigentum auch eine demokratische Rückversicherung ist gegen die Allmacht des Staates und dass es darum geht, Menschen zu ermöglichen, weitgehend ihr Leben aus eigener Initiative zu gestalten, wozu eben auch Unternehmertum und Recht auf Eigentum und so weiter gehört und dass der Markt möglicherweise ein intelligenteres Vergesellschaftungssystem ist, ein dezentrales System, was auf der Interaktion von Millionen von Menschen aufbaut, als das jede staatliche Planung sein könnte. Also über diesen Zusammenhang zwischen freiheitlicher Politik und der freiheitlichen Wirtschaftsverfassung muss glaube ich die Linke nochmal neu nachdenken. Und der letzte Punkt mit der Ungleichzeitigkeit fand ich gut von Anja Heiduck diese Ungleichzeitigkeit zwischen dem Tempo, in dem sich technische Innovationen abspielen, die radikal unsere Lebenswelt verändern oder auch bestimmte Kapitalströme mit der Geschwindigkeit, mit der die sagen um den Globus zirkulieren unter Langsamkeit demokratischer Politik. Ich habe darauf keine Patentantwort, aber zum einen hat man doch gesehen, dass in Krisenzeiten Demokratie ziemlich schnell sein kann. Das ist dann auch kritisiert worden. Das ist in der Regel nämlich dann die Stunde der Exekutive. Die Regierung handelt, die Regierung trifft Entscheidungen und das Parlament kommt hinterher und legitimiert sie dann. Also nicht jede demokratische Politik ist notwendigerweise im Steckentempo. In einer Krisensituation kommt es auch auf energisches Handeln an. Und das Zweite, was ich dazu sagen würde, ist, dass eben doch unter dem Strich Demokratien glaube ich auch die überlegene politische Form sind, weil sie eben lernfähig sind, weil sie dieses Trial and Error ermöglichen, das Lernen aus Fehlern, das Lernen aus Erfahrungen. Ja. Und das gerade in einer Welt, die sich sehr schnell verändert, wo es ganz entscheidend auf Lernfähigkeit ankommt und das ist eine Qualität von Demokratie. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Mariam Lau. Der Vorhang für den ersten Akt fällt und ich hoffe, Sie sind ganz gut reingekommen in unseren Kongress. Es wurden ja jetzt eine Menge Fragen andiskutiert, die wir jetzt im Einzelnen vertiefen werden. Ich darf Sie jetzt unten einen Stock tiefer erst mal zu einem Imbiss einladen, damit Sie gestärkt dann alles weitere verfolgen. Heute Abend geht es weiter mit dem Gelingen der ökonomischen, der industriellen Transformation mit allen Fragen, die gerade schon angesprochen wurden. Mit dabei ist Marcel Fratscher, der DGB-Vorsitzende Hoffmann und natürlich auch Cem Özdemir, der uns sogar einen kleinen Impuls zu diesen Fragen geben wird. Daneben auch Heike Göbel. Wir sehen uns hoffentlich gleich alle wieder. noch mal einen donnernden Applaus für unsere Referenten hier vorne und einen guten Appetit.